Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 3. August. In der Mainzer Stadtverwaltung sind viele Stellen unbesetzt. Apfelsaft wird schon wieder teurer und Mainz 05 ist wieder zurück aus dem Tränenslager. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Wegen offener Rechnungen haben einige Firmenlieferungen von Medikamenten an die Mainzer Universitätsmedizin zeitweise gestoppt. Die Klinik beziffert die offene Summe auf rund 60 Millionen Euro und begründete dies mit Personalknappheit in der Buchhaltung. Die Patientenversorgung sei jedoch gewährleistet, heißt es. Die Lieferungen seien auch wieder aufgenommen worden. Mittlerweile würden externe Kräfte in der Buchhaltung eingesetzt. Aufgrund offener Rechnungen sei es bei einigen Lieferanten von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Diagnostika bei Neubestellungen zu einem Lieferstopp gekommen. Es habe jedoch kein grundsätzlicher Versorgungsengpass bestanden. Die Berichte über die Lieferstops reihen sich ein in eine Serie von Aufregern an der Uniklinik. Die Antwort von Oberbürgermeister Nino Hase auf eine Stadtratsanfrage der FDP hat drastisches Vor-Augen geführt. Von rund 4.298 Stellen in der Mainzer Stadtverwaltung sind etwa 1.188 Stellen nicht besetzt. Das entspricht rund 28 Prozent. Wie Hase informierte, beinhalte der Stellenplan auch Stellen, die aus Gründen wie Beurlaubung oder Arbeitszeitreduzierung aktuell gar nicht besetzt werden können. Den größten Brocken machen die freien Stellen aus, die wegen Arbeitszeitreduzierung oder generell geringer vereinbarter Arbeitszeit nicht besetzt werden können. Dabei handelt es sich um rund 300 Einstellen, die sich auf einzelne Fachämter verteilen. Spitzenreiter sind dabei die 62 städtischen Kitas mit 178,7 nicht besetzbaren Stellen, verteilt auf Erziehungspersonal, Küchen- und Reinigungskräfte. Auch das Jugendamt hat Personalprobleme. Es belegt mit 70,5 nicht besetzten und 18 offenen, nicht besetzbaren Stellen Platz 2. Auf Platz 3 steht der Entsorgungsbetrieb mit 75,4 unbesetzten und 9,3 nicht besetzbaren Stellen. Auffällig außerdem, von den in Summe 1.188 offenen Stellen in der gesamten Stadtverwaltung ballt es sich mit über 440 offenen Stellen im Sozialdezernat. Baustellen sind in Nierstein Dauerthema. Seit März 2022 steckt die Stadt permanent im Baustellenmodus, seit der Landesbetrieb Mobilität Worms gemeinsam mit der Deutschen Bahn die Bahnunterführung an der B420 erneuern lässt. Im kommenden Sommer sollen die Arbeiten fertig und die B420 nach mehr als zwei Jahren Vollsperrung wieder befahrbar sein. Doch am Horizont dämmert bereits ein Bauprojekt herauf, dessen Dimension das der aktuellen Arbeiten deutlich in den Schatten stellen wird. Die Rede ist von der Verlegung der B9, die in der Ortslage von Nierstein in Zukunft größtenteils in einem Tunnel verlaufen soll. Ein Mammutprojekt, über das derzeit öffentlich eher wenig gesprochen wird, da der Fokus voll auf dem Baugeschehen in der B420 liegt. Dennoch laufen beim Landesbetrieb Mobilität Worms im Hintergrund parallel Vorbereitungen für die Tunnelarbeiten. Die geplante Verlegung der B9 in einen Tunnel unter der Stadt wird nach neuesten Schätzungen 260 Millionen Euro kosten, unter anderem weil der Tunnel und die Ausbaustrecke verlängert werden sollen, um auch die letzten Häuser am nördlichen Ortseingang von Nierstein besser vor Lärm zu schützen. Die Preisspirale dreht sich bei Apfelsaft weiter nach oben. Laut Statistischem Bundesamt stieg der Verbraucherpreisindex für Apfelsaft oder ähnlichen Fruchtsaft von Juni 2022 bis Juni 2023 um rund 14 Prozent. Das hat maßgeblich mit den Streuobstwiesen im Land zu tun. Der Naturschutzbund schätzt, dass es in Deutschland rund 30.000 Quadratkilometer Streuobstwiesen gibt. Streuobstwiesen sind die traditionelle Art des Obstanbaus. Abhängig von der Obstart finden sich auf einem Hektar laut Wikipedia 60 bis 120 Bäume. Das ist sehr wenig im Vergleich zu Obstplantagen, auf denen mitunter mehr als 2000 Bäume pro Hektar stehen. Dennoch haben die Streuobstwiesen eine große Bedeutung für die Apfelsaftproduktion im Land. Nach Angaben des Verbandes der deutschen Fruchtsaftindustrie stammen im Durchschnitt pro Jahr rund 50 Prozent des im Land produzierten Apfel-Direktsaftes von Früchten aus heimischen Streuobstwiesen. Die Ausbeute der heimischen Fruchtsafthersteller lag 2022 jedoch zum dritten Mal in Folge unter den Erwartungen. Wesentlicher Faktor sei die fehlende Wasserversorgung. Durch Hitzewellen im Sommer und unzureichende Niederschlagsmengen würden die Bäume geschwächt und anfälliger für Krankheiten. Am Mittwoch sind die Profis des 1. FSV Mainz 05 aus ihrem Trainingslager in Schladming zurück an den Bruchweg gereist. Nach intensiven Tagen auf oft regendurchweichten Plätzen lautete die wichtigste Nachricht für Trainer Bo Svensson, dass alle Spieler ohne Verletzung davon kamen. Er hob zudem die Intensität hervor, mit der die Mannschaft in Österreich geackert hatte. Das zeige, dass die Mannschaft in einem guten Zustand sei, freute er sich. Als besonderer Gewinner darf sich Torwart Robin Zentner fühlen, der seinen Status als Nummer 1 und Vizekapitän festigte. Auch Verteidiger Maxim Leitsch, eigentlich als Transferkandidat gehandelt, erhielt nach dem Test gegen St. Gallen ein Lob des Trainers. Viel Zeit zum Erholen von den Strapazen haben die 05er nicht. In der Mainzer Mewa Arena steht schon an diesem Samstag ein XXL-Test über 120 Minuten gegen den FC Burnley an. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbarner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de Allgemein Untertitelung des ZDF, 2020